Achso, war gar nichts. War der gar nicht aufgenommen. Jetzt aber, ne? Und der jetzt auch? Ich kann das nur sehen, wenn das da sich spiegelt. Gut, okay. Also, ich habe hier von Fittestphoto ein kleines Stativ, ein Vollmetall-Stativ. Sieht sehr schick, sehr edel aus. Passt gut zu meinem MacBook Air. Mit einem ganz einfachen Mechanismus, wo sich alle drei Beine direkt öffnen. Kleinen Gummifüßen hier unten am Ende, damit das Ganze auf rutschigen Oberflächen auch dann richtig gut steht und nicht wegrutscht. Und zum Entriegeln hier in der Mitte ein Mechanismus, der es erlaubt, hier dann einfach den Kugelkopf frei bewegen zu können. Wir haben sogar eine kleine Einkehrung hier, um Aufnahmen im Hochformat machen zu können. Also 90 Grad Wickel. Filma. Filma. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.